Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option, ich halte 60 Sekunden, mein Starttrade Pitt trägt 2000 US-Dollar, als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien mit der Trade of HIP unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren Out US-Dollar sieht ganz gut aus aber leider schon zu spät so 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 ok, EUROUS-Dollar allerdings müsste der Kurs noch etwas steigen ok, ich steige ein gegebenenfalls nochmal ok, ich gehe gleich nochmal rein bis Ende des Jahres kannst du dich noch für mein Privat-Einzel-Coaching 10.000 Euro bzw. US-Dollar pro Monat bewerben im nächsten Jahr ist es dann nicht mehr möglich, da ich ganz aufhöre 12.500 bis Ende 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 Vielen Dank. Perfekt. Mal sehen, ob ich noch einen Trade finde. Euro-Yen habe ich doch. Weiter zu spät. US-Dollar-Yen. Hier steige ich noch mal ein. Okay. 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 Vielen Dank. Mit meiner Strategie gewinnst du meistens schon den ersten Trade, aber spätestens den dritten. Also deutlicher kann man einen Trade nicht gewinnen. Die letzten 10 Sekunden. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.